So, willkommen zurück. Ja, willkommen zurück. Ich bin jetzt am verdorsten der Runde. Du bist am verdorsten. Ich habe kurz meine Auflösung runtergeschraubt und alles, was ich runterschrauben konnte, habe ich runtergeschraubt und irgendwie... Jetzt gibst du nicht mehr in 4K auf, also nur noch 3,9K. In etwa. Oh, ich muss saufen, sonst ertrinke ich. Kacke. Sonst ertrinke ich, sonst... Madenhaut braucht mir für Trinken. Oh mein Gott, ey. Du brauchst zu komplizierte Sachen für zum Trinken. Das ist... Oh. Herstellen. Oh, jetzt, wenn ich nichts mehr esse, sterbe ich. Das ist doch doof. Also, das Spiel, das ist Hardcore. Ich würde sagen... Gartenbeet. Gartenbeet, Unkrautstängel, verdorbenes Fleisch, großes Seil. Ich frag mich nur gerade. Wie wollen wir das überhaupt hinbekommen? Saftfänger, Unkrautstängel. Hätten wir lieber mit leicht angefangen, ne? Mit Trottel, nicht mit Mittel. Wir haben so viele Sachen, aber die wir... Okay. Folgendes. Wir müssen riskieren, dass wir Tiere töten gehen. Und ich würde sagen, dass wir... Oh, hier Lagerung. Packen wir mal alles, was wir haben, hier hinein. So, da ist Pflanzenphase, so. Oh, ich kann das Ding nicht benutzen, weil du das schon hast, ne? Fliegenpilz. Kiesel. 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 So, jetzt bin ich komplett out of Essen, ne? Also... Ähm, warte mal. Ne, ich habe leider nichts zu essen. Oh, Mann. Also folgendes. Wir gehen auf Jagd. Wie kann ich das hier? Ah, mit Q einlagern. Okay. Ähm, was hast du für ne Waffe eigentlich? Ich hab den Kieselsperr. Den Kieselsperr. Okay, du hast den Kieselsperr. Ich hab die Axt. Also, ich geh schon zum Forschungscenter. Ich hoffe, ich finde es noch. Ähm, in die Richtung. Ja, du raufst, du raufst. Ja, du raufst. Du läufst richtig. Wir müssen einfach Tiere umbringen. Das A und O hier. Und auch Tiere, die wir... Exotische Tiere. Wir müssen die gegen Pfeil und Bogen. Okay, ich kann nichts erforschen. Ich auch nicht. Wir müssen diese kleinen, nervigen Viecher da... Ja, die... Wir müssen die Leute... Warne raus. Aber die können wir essen auf jeden Fall. Genau deshalb. Die müssen wir töten. Dann hier dieses kleine Ding, dieses kleine Ding, das wegrennt. Das... Das sind diese Viecher, die wir brauchen. Ja. Oha, kam gerade bei mir... Bei mir vorbei. So. Ich hab jetzt zwei. Ich hätte jetzt zwei, ne? Wollen wir zusammen gehen? Ja, ja. 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 Wieder... Wieder... Äh, wo... Wo... Wo gehen wir am besten hin? Ich hab keine Ahnung, wirklich. Ähm, warte mal. Ich mach mal die Map auf. Ich mach auch. Also. Ich hab ne Idee. Ja. Die Idee beinhaltet... Da, Ameise töten. Aber die Ameise... Kein Essen, ne? Jetzt hab ich rote Ameisenbrocken und rote Ameisenkopf. Ja, das hab ich, äh, auch schon in unsere Kiste gelegt, die wir da haben. Hier hab ich Pilze. Fliegenpilz, benötigt bessere Hacke. Hm, können wir eigentlich schon die bessere Hacke herstellen? Stufe 2, äh... Dann brauchen wir bestimmt noch Dinge, die wir bis jetzt nicht haben. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das so ist. Gehen wir mal Richtung Ausrufezeichen, komm. Kannst du mal warten, bis, äh, bis ich bei dir bin, nochmal so? Ah, du bist nur gar nicht so weit. Achso. Ich, du, äh, schau, ich halte immer so ein bisschen Ausschau nach diesen Viechern oder Essen oder was auch immer, ne? So viele Pilze kann man auch essen, aber die geben halt nicht viel Leben. Wie sag mal auch Steine auf, ne? Also alles, was hier am Boden rumliegt, einsammeln. Hallo. Hallo. Guten Tag. Oh, hallo, hallo und, ja, guten Abend, ne? So. So, hier sind Kleeblätter. Kein einziger, oder was? Und das ne Spine? Ja, das sieht noch Spine aus. Aber können wir das abbauen? Sieht nicht so aus. Also bis jetzt. Dann lass uns mal... Ah! Äh. Ah! Ich hab mir Larve gefunden. Oh, du bist... Ah! Gibt's die? Kann man die? Gibt's die? Achtung, Spine! Junge! Ich wollte nur die Larve umbringen. Netzfaden entdeckt. Sehr gut. Ich muss jetzt zu meiner Todeskiste irgendwie hinkommen. Eine Säure, du... Also hast du die Larve getötet? Mhm, die Larve ist ja relativ einfach. Okay, aber dann war noch eine Spinne da. Die Spinne lebt noch. Die hat mich, äh, umgenietet. So, ich hab Saft. Die Spinne, die ist, äh, nicht lustig, ne? Ne, ne, die... Die sind erst nach einem gewissen Forschungsstand, den wir dann haben müssen. In 3000 Jahren vielleicht, ja. So, ja gut, ich geh jetzt wieder zum... Oh! Jupp, die dritte Lurz, die dritte Laus. Perfekt, Läuse brauchen wir. Ach, eine Ameise brauchen wir jetzt echt nicht. Also doch, wir brauchen die stärkere Ameise. Jaja, aber... So, ich mach mal hier Eichel kaputt. Oh, hier gibt's Pilze. Super, die kann man einfach so snacken. Aaaaah! Junge, ich verschwinde. Ist die Spinne hinter mir? Die hängt da hinten rum. Die hängt da hinten rum. Ja, ich seh's! Aaaaah! Warte mal kurz, ich kann jetzt was doofes machen, aber ich mach's. Ach so, so war ich nicht weit weg. Naja. Aaaaah! Auch eine Spinne, ne? Sind wir hier nur. Bist du wieder tot? Ne. Wir sind hier an einem... Oh, ich glaub das Ding, wo wir jetzt grad sind, rechts, ist ähm... Böses Land, ne? Ich bin bei einem anderen Forschungslabor. Hä? Hä? Du bist ja grad um die Ecke bei mir. Ja, das ist ein anderes Forschungslabor. Ressourcenanalyse. Ist das sicher? Schiegt aus wie eine Art, von dem Sätze am Punkt kommen würden, finde ich. Hä? Was? So, ich analysier mal ne Runde was. Was geht denn hier ab, Dill? Keine Ahnung. Der Graf hat entdeckt. Irgendwas, ne? Seidenseil. Basketball. Was machen wir damit? Keine Ahnung. Hirnschmalz. Freischaltung. Ähm. Au jemine. Ich bin gefangen. Ich auch. Draußen zur Spinne. Ich renne um mein Leben. Dass ich nicht kann. Geil. Komm mal kurz. Ach, die Spinne ist jetzt weg. Doof. Beleb mich wieder. Wie denn? Überhältst du noch volles Leben? Oder mir ist grad doof. Ach so. Sorry. Ich dachte, das ist ja auch. Ich dachte, das wäre dann Leben. Haha. Alles gut. Sorry. Bin ich gut. Und jetzt, ähm. Wir gehen zurück zur Base. Ähm. Doof, dass man die nicht sieht. Ah! Die Spinne ist da vorne! Ja, ja, ja. Hey. Sorry. Ich hab zwar keine Spinnenphobie, aber ähm. Ja, aber wenn sie grad vor dir sind, dann ist sie nicht lustig, ne? Ja, vor allem, wenn sie dann noch so viel größer sind. Ah, mir sind mehrere Spinnen. Das ist so nervig. Wir rennen total in die falsche Richtung, ne? Ja, wir müssen von der Spinne wegrennen. Ja, was ist jetzt los? Ja! 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 So. Nimm mal alles reicheln. Hacke! Moskitos! Ich bin tot. Die sind ganz schlimm. Am Wasser sind die Moskitos, die sind ganz schlimm. Die sind richtig ekelhaft. Kannst du mich holen, komm? Ich kann's probieren, bevor der Moskito mich sieht. Der hat mich gesehen. Er sticht mich. Ja gut, der Spinne ist auch noch da. Ahhhh. Das ist zum wegrennen. Warte mal kurz, warte mal kurz. Wir müssen da irgendwie, wir müssen da... Nein, ich auch. Ja, jetzt können wir respawnen. Ja toll. Müssen wir unser Zeug holen eigentlich? Ja. Das sieht man aber nicht auf der Map, ne? Also auf der Map wahrscheinlich schon. Gehen wir zuerst mal ne Runde schlafen. Hast du den Restrund schlafen, dann holen wir das am Tag. Ja, da oben haben wir siebte, als ich deb. Oh Mann ey, das ist ein richtig schwieriges Spiel. Ja, wir sind einfach zu doof und ähm... Wie soll ich sagen? Wir sind in die Todeszone gegangen. Ja, aber dann erklär mir mal, wie wollen wir von Anfang an irgendjemand irgendwas töten? Äh, nicht auf Mittelspiele, sondern auf leicht? Aber dann kannst du gar nichts. Dann hast du keine Gegner. Oder wir sind einfach Dullis und fangen das komplett falsch an, ne? Ja toll, da ist ne Spinne. Ja toll, da ist ne Spinne. Jetzt rennen wir ganz außen. Jetzt müssen wir ganz außen rum rennen. Da kommt die nächste Spinne. Sexy. Da sind mehrere Moskitos. Ach du, dein Rucksack ist da hinten, ne? Ja. Die Moskitos greifen mich an. Und ich kann mein... Ich kann mein Rucksack nicht nehmen, weil ich schon wieder tot bin. Geil. Nee ey, komm. Weißt du was? Ich scheiß auf mein Zeug. Oh. Ich will nur das Essen zurückbringen, damit wir irgendwas mal haben, ne? Dann komm ich. Was wollen die Ameisen von mir? Scheiß Spinne hier. Ich bin grad der Spinne ausgewichen. Das Spiel ist... Ich weiß ja nicht, ne? Wollen wir schnell restarten und alles auf leicht? Für den Anfang... Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir überhaupt. Eichelschaffen kann man verwenden, um Maden auszugraben. Wollen wir... In dieser, bis in die nächste Runde mal komplett neu starten. Und dann einfach... Ja, Folge... Weitermachen. Also... Ja, ja. Vielleicht... Am Anfang... Glaub ich gar nicht mal so... So, ich hab ne Schafe. Damit kann man Maden ausgraben. Guck mal, ich hab drei gleichzeitig hier. Aber wo... Wo kann ich ausgraben? Ähm... Weiß nicht. Ähm... Ich hab ne Schafe. Das ist schon mal gut, oder? Joa. Ähm... Eben, wollen wir da jetzt... Kann man das irgendwie im Menü umnehmen? Wir konnten es nicht um... Um... Ähm... Die... Spielkennstgrad, ne? Kommt man nicht umstellen. Nicht? Geht das überhaupt? Ähm... Ich schau mal hier. Im Internets, ne? Grounded... So... Geht das überhaupt? So... Geht das überhaupt? Mhm... 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 Ja... Alles anderes, aber... Grounded... Das Spiel... Äh... Irgendwie gibt's dazu nichts. Außer Sitz, so ein schwieriges Game. Ansonsten, sollen wir mal hier einen Cut machen und ne Runde, bzw. dann eben komplett neu anfangen. Für die Leute, die das zugucken... Naja, tut mir wirklich leid. Ja... Aber wir müssen anfangen von vorne und äh... Ja... Wir sind Dullis und wir wissen nichts. Jo... Also... Bis zum nächsten Mal und... Tschüssi!